heute an dem wunderschönen samstagabend wo dieses video rauskommt spielen wir eine runde get down genau so wie in den guten alten zeiten wo minecraft noch spaß gemacht hat damals heute halt verändert aber ist ja vielleicht sind wir auch noch schlechter geworden ist es liegt an minecraft ist natürlich ich schwebe jetzt ist das für ein krankes krank aber ich sehe schon die gefahr bei der map ja ich sehe auch die gefahr weil ich fack ihn drei feuer bekommen muss auf der ebene ein bisschen rumlaufen welche zu entdecken dir ja sterbe aber so ein wichser warum sagst du das genau in dem moment ich sehe dich blut jetzt muss ich erst noch ganz weit nach unten weil hier oben sowieso kein climblocker heißen mal lucky fall hä soll ich tusten nicht es ist in dem fall nicht so schlimm aber es weil ich ein schild eklig sein guck mal den schmeiß ich jetzt hoch in den weg sein hmm ich kann noch mal ein block ich hab's nur anders mit ich komm nicht an den kommblock an das ist gelassen also ich würde sagen hier gibt es fast keine rusher weil eigentlich du kriegst immer so im durchschnitt gleich viel schaden nee du kannst es nicht rushen ja das ist das ist halt tatsächlich ne eigentlich ne sammeln weg aber wenn du keine ebene findest zum sammeln dann weil alle ebene nützt und dann soll es echt langsam aktiv fahren sein weil alle ebene nützt und dann soll es echt langsam aktiv fahren sein ja ich bin hier schon noch frei ja ich hab auch schon einmal eingefunden aber ja ich hab auch schon einmal eingefunden aber ja ich hab auch schon einmal eingefunden aber hm boah den hol ich mir noch geht nicht ja 500 wenn der anfangen ist okay deino wieso hast du mehr ja ich hab grad 670 ich hab 790 weise hin ja wer ein ja ich bin denn das habe ich Righthand spielte Zeit Net身 ich traue Ingegnen stammt chính Nö, was ist denn da? Hey, das war der andere Song da! Hey, da 말을 zu zweit! Ah, was ist denn, was ist denn? Aber auch immer wieder zum Playstation 4 zocken? Ja, ne, Yannick ging nicht richtig! Chicken wings essen natürlich! Ja, das ist richtig! Das ist der chicken wings! Das Gefühl Yannick folgt mir, Yannick folgt... Ähm... Sei das da. Opa Fawkes! In den Krieeeee! Ich mich schon mal hier bisschen ein. Oh mein Gott, Alter! Ich hab einfach... KEIN... Wie funktioniert dieses PvP? Ich hab so keine Chance. Ich auch nicht. Naja... Ich bin in der Gewinner-Lounge, Alter. Glückwunsch. Ich hab's erst gefühlt. Lul, da kriegt man 5 Coins dafür. So. Geil. Ist das gut? Sieben Klicks pro Super Connect. Lucky Regeneration. Uhuhu. Erstmal ganz rein. Ja man, ich merk schon. Die Runde, die läuft. Äh, die läuft. Ja, toll. Schön, dass die bei dir läuft. Bei mir läuft's immer wach. Anlack, egal. War so tränen. Junge, beste Runde, weiß jetzt schon. Beste Runde, meine Minecraft-Karriere. Ja, nein. Zack, zack. Die Runde, die wir nicht aufgenommen haben. Die die gut. Von was sprichst du? Das ist die erste Runde, die wir spielen hier. Weitere Le... Oh, ich hab elf Leben. Reicht's den PvP dann auch? Ich hab' nicht. Ich hab' meinen Coin-Blöcke. Halleluja. Ich hab' den Müssigen. Der Müssigen. Aber da ist jemand vor mir. Was soll der Scheiß? Der Müssigen. Der Schiff. Der Schiff. Der Schiff. Zack. Zack. Das krieg ich noch. Nein! Als ob ich nicht auf dem Boden war. Das muss ich mir in der Aufnahme anschauen. Yo, ich war eigentlich unten. Vor dem Accountdown. Ja, aber er war vor dir. Ja, aber da gibts den Countdown. Wenn du es in der Zeit noch schaust. Ja, ich war in dem Countdown noch unten. Sicherlich. Ich sag, geht der Countdown... Bringt der Countdown dir nicht nur was, wenn du einfach das reinzummen kannst. Ich bin Schadensersatz. Ganz einfach. Wie viele Coins, die ich gerade verloren hab, bin echt jetzt zurück. Okay. Idee, interessant. Umsetzung wird sich eher als schwierig gestalten. Eher schwierig. Auf keinen Fall unmöglich. Ich nehme einen guten Anwalt. Also in Amerika würdest du es bestimmt nicht bringen. Auf keinen Fall. In den Spielmodus musst du auch erst wieder reinkommen. Das merke ich gerade. Läuft dann auch schon irgendwann wieder. Ach, bei dir läuft... Zieh mir durch, alter. Bei mir läuft richtig. Den hole ich, den hole ich, den hole ich. Und... Zack, unten, alter. 60 Coins nur bekommen. Richtig lächerlich. Alter, ich war ne halbe Sekunde zu spät. Ja, das ist über 1000 Coins schon. War für dir. Zack, zack, zack. Ah, wieder D-Map. Ist ja schon. Coin Block. Coin Block. Coin Block. Coin Block. Coin Block, Alter. Hau die Sch***. Ja, ich hab ja auch nen Haufen. Oh. Es wird dämlich vorbeigesprungen. Und klar, hier geht's weiter mit den Collegar. Ich hab grad auch ne gute Anzeige bekommen. Ich hab grad auch ne gute Anzeige bekommen. Ich bin ruhig. Oh. Die Points. Wo sind die Coins? Hier sind die Coins, Alter. Hier hat noch... Jetzt sind wir noch nicht abgefarmt. Hey, hey, hey. Oh, das ist ein Glutwürchtiger. was nix da verpisst dich ich hab mich fast runter gehauen du fühlst dich mal nicht was? aber nicht von weit unten das ist nervig ich bin erschrocken alter nein diese dämliche blindheit jungen lass mich hier runter verdammte scheiße das gibt es ja nicht naja ok den hole ich mir doch oh mann dieser countdown der stimmt doch einfach nicht also ich habe es noch bekommen diese coins ich hab aufgeholt ich hab grad 1000 coins in einer runde gemacht ich hab komplett aufgeholt die runde gerade weil ich alles kaufen konnte was ich kaufen wollte hm ich hab jetzt nicht erst auf meinem shirt kein wunder dass die dann auch nicht sterben wenn die keine ahnung 30 herzen haben das ist halt echt so nur ich habe es noch wieder nicht geschafft mir herzen zu kaufen deswegen bin ich eigentlich schon wieder drauf ha ok knockback ist richtig dämlich dass wir das drauf gemacht haben ja ich bin tot aufgeholt ey fokuss mich nicht du lass mich naja holst du dich mal mit komm mal oben aber kannst du vorziehen bitte an mir das richtig geil gemacht komm her du wichser Aha! Aha! Sterb doch mal, du Fixer! Junge, willst du mich verarscht? Wie viel hat der denn noch? Acht Herzen, Alter! Junge, PvP macht einfach so keinen Spaß mehr in diesem Spiel. Trotzdem, es war noch die letzte Runde, aber zumindest war es das Runterkommen, die ganz erfolgreiche Runde. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch trotzdem gefallen. Was wir auf alle Fälle wahrscheinlich machen werden, ist, dass wir Hightare, wenn es dann rauskommt, offiziell vielleicht auch schon Beta spielen werden. Brauchst du jetzt irgendwas? Ich weiß es eben nicht. Danke fürs Anschauen, wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss! Tschüss!